es aber am ende ich bitte dich wenn du weiter bist dass du alle tüten aussagt die shop außerdem der traiter ist wenn du das bist dass du niemanden töten außer der dich anschießt julian du hast einen spagat gemacht nachher so wird wird aber geben wir können ja mal von der runde nee das ist scheiße nein er hat es verstanden er muss doch nicht wissen also wenn er nicht dass er tot ist also verheirat wenn er steht dass lang ist wenn du das so Prozent dort links in der Ecke steht dass du innozet ist dass niemand töten außer Leute die dich anschießen wenn du ja ich habe es so ich war gerade inno-dings-zau und ich bin nicht mit angeschmissen ja dann hast du den innozet aber wenn du aber wenn du traiter bist dass du jeden töten außer denjenigen der auch traiter ist das steht da über dem namen gaming 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 warte warte wer ist der echte wer ist das wenn du es entspürst darfst du den Detektive nicht töten sonst bist du dumm ach so das ist Cengiz ich habe acht Leben was warum ja Cengiz danke echt jetzt ja alter guck mal da hat ein Hintlampart da hinten ist der echte außerdem bin ich inno mann ich will auch mal da oben hingehen wo alle immer hingehen guck mal da kannst du auch hoch du gehst einfach die rutsche hoch ich bin hinter dir und dann an der an dem Dingslang ey helf mir einfach nicht check das Hintlampart oh warte warte ich gehe holster das ist wahrscheinlich sterben böse okay nein äh kommst du mal hoch ich weiß keine Ahnung auf dem Walten müsste schon oben Niemand darf Bato schlagen zur Information das hat keine Böse dessen nicht nur die Pakete einfach drauf springen auf das Gelände und dann so ey cool Bato das Lowlife Aaaaaaa hehehehe gewiss du in der Richtung geschossen alter Elgaschie hätt' dich behindert warum hör' dich danke jetzt werde ich getestet hab' dich lass' dich doch mal man du auch runter hör auf mich zu schicken wenn die Techdöf ich sag' ich hätt' dich hätt' dich hoch warte lass' mich äh ins Wasser schicken hallo ja hallo ja du hast gerade gerade gekocht ey wegen dir hab' ich voll die Angst jetzt ich bin überall von komischen Männern hehehehe männer die tippen ja genau die hä wo ist denn das Schlimmste Alte dä 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 was ist das ey äh er hat mich angeschossen ja ich hab's auch angeschossen ich hab's gesehen Christian ich bin hinter dir ich hab's gesehen okay du kannst ja geh' dich schon wieder das ist wer denn verpiss dich da oben da drin ist bestimmt einer du darfst fernich hoch ich will aber schuld dir ich will aber schuld dir ich will nicht aufheben ich bin doch geh weg darf man da hoch hallo hallo hier ich bin heutzutage ich hab' dir aufheben wenn man schuld ist dann darf man so was da muss man nur ich weiß aber wenn man da hochkommt dann darf man random dann darf man denjenigen töten der echte guck mal hier die Munition die kann ich nicht aufheben was ist das was ist das dumm was ist das das ist C4 du ähm kann ich nicht aufheben ich komm an das Wasser raus ich komm an das Wasser raus ich komm an das Wasser raus entfernen was habe ich gemacht so was ist junger ich hab keine Sache runter Röhrer ein paar Beschluss ich bin ich bin und ich bleibe ich hatte gerade ich kann nicht mehr weg und ich kann noch gar nicht mehr weg Junge okay natürlich kommt nein ich bin mein Christian der hat so viel bestellt ne du bist du du bist du du bist du bist du bist du bist einfach ne das ist vielleicht vorbei ich sterbe ich aber es ist ja schon hochgegangen ja noch auf Alter wer ist gestorben so ein Moment Alter ich hab nur getötet ok ich hab ich hab ich hab ich hab mich nicht bewegen lassen Lass mich raten Julian wir probieren was du warst das Nein ich krieg dir was ich krieg dir was ich krieg dir was da war es Fehler ich kann mich bewegen ja ich auch du bist ein Traitor was wo sehe ich das unten links ist das rot ja dann bist du später achso was steht da was steht wo über den unten links achso ja und jetzt willkommen zu der nächsten Runde Trouble hier und schauen ich bin nochmal ein bisschen krank und zwar zusammen mit dem Gaming-Failer dem äh Christian dem äh Levi dem Bartos dem echten und dem Gamer hat sich ja echtes schickt Mann gib mir die verdammte M16 ey wir stehen mal wieder hier Airbus das ist krass das ist krass das ist krass das ist bei mir überall aus hä nein bin ich nicht das erscheint die Texturen nicht mehr Christian und du bist anscheinend krank du das liegt ja auch rotz hallo hallo so naja Gamerkiller darf ich durch ey Träger nicht was ich bin ich bin er die Töte das läuft um das heiter die abgut das ist ja ein das ein das mir wir ich aber jetzt da wäre Turtles, jetzt ist es echt Turtles ich hab so eine, ich hab so eine, warte und boom, Turtles Nate oh shit, komm da unten, komm da unten, komm da unten wir sind so Turtles Nate wir spielen mit unserer Turtles Nate, okay hä, Christian, wo sind die Turtles? ich weiß nicht, dass er Traitor war ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht, ich weiß nicht sie ist zu mir gekommen scheiß dich ah, da oben ist doch eins aber ich verbrenne wahrscheinlich nein, Bartos macht sowas nicht ich hab auch keine Nades mehr ah, ja da oben ah wir haben keine Nades mehr Hast du jetzt einen Derry? Jengis, hast du gerade auch nicht geschossen oder war das der Aufzug? äh, ich hab ein Diss-Combo das geht auch, komm wirf da hin da wo die Turtles sind, das sieht dann aus wie die Turtles Nate Achtung ihm war es mehr, aber jetzt nicht mehr Turtles Nate hä, wo sind die anderen? das ist doch bestimmt Gamer und ein Dings gesehen ich hab's überlebt Gamer war Traitor nein Gamer, du kleine Wichsgeburt du bist so eine Wichsgeburt Alter hä, wo bin ich denn hier, alter du kleines das Mystic Gamer hat von dem fucking Traitor eine fucking die hat bekommen und er hat fucking Julian getötet weil Julian kacke ist oh fuck jetzt jetzt mal Thai Curry mhm Thai Curry I'll skip in a long I'll skip in a long oh hier ist ne Leiche I'll skip in a long vergehen die Hände, alter Hacks oh warte, Christi aber Traitor was hä 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 der ist dein scheiß Ernst schmecken die Nudeln? ohja, wir steuern wir die Nudeln hallo wo ist der? hä 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 ich mag keinen Koffer hä hä, nein ah ja, hierh habe ich gellem mal kül das Video gesehen ää mit diesen Dings Schweißbrille oder so das machen wir ich bin ein Hauskoffer NOOOOO ich fliehe lass mich raus es ist voll Thai Curry auf dem Geiste will ich raus Lass mich raus ich denke dass ich voll besWerras du bist da reingekommen ich bin da nicht reingekommen fuck das hat sich nicht gut angehört ey geiler Sterne ey wurde ich angeschossen? Lass mal bitte los kurz lass mal bitte los doch bitte NEIN lass mich raus oh ne Zange Freiheit für Tigerie NEIN wo ist das? Puppant Alter was habt ihr gemacht? wir haben gespielt Bartas du bist so ne Hure äh ich geb immer Items ohne Spaß und wenn mir jemand ein Item gibt dann nutze ich es auch raus ich schätze einfach mal das Gamer nicht wusste dass Christian sein Traitor Kollege ist richtig? ich hab gewusst dass er ein Traitor war wie er eine Jihad gegeben hat ich hab gesehen wie Christian den Detektiv angst und ich bring ihn um es war mir egal ich hab überlegt ob ich Bartas mit der Jihad töte ja ich hatte echt geschiss Gamer Gamer weißt du noch das eine Mal wo du wo ich eine Jihad bekommen wo du mir eine Jihad gegeben hast und ich sofort auf den Detektiv gerannt bin und einfach nur und einfach nur auf dem random server ne ja und ich dann einfach mal nur den Detektiv getötet habe es waren ungefähr wie viele Leute oben naja er und ich waren oben und ein paar mehr ja ne unten waren alle und da gibst du mir die Jihad ich zieh die aus versehen aus meiner Tasche und denk mir so fuck it und tötet den Detektiv Gaming-Fail ist schon wieder Detektiv Gaming-Fail ist ertrunken ey das ist nicht euer Ernst was habt ihr hier mit diesen Dosen Törteln komm Shadow Törteln oh ich hab Jackis ist hier ich hab kein Linsen da wieder 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 was hast du? Moment erst die ganzen Sachen rausholen okay warte hier hier ist die erste Törtel im nächsten Haus hier sind ganz viele Regalen lass mich da hoch so warum machen wir das? haben wir kein Leben oder so? Christian ja alles richtig Christian was machst du? das waren alle, ne? äh Shadow? die Worte! ich hab die Worte umgekippt! wo ich dachte grad wenn es nicht ein Törtel hätte in der Hand ok Dosenate au alter das hat weh heut Tag wollt ihr etwas kaufen? ähm ich nehme schön witzig ich nehme deine Jungfreudigkeit meine Zucker AAAAAAAA Hilfe komm wieder zurück da ist jemand und er er beugt mich er bewehrt den Schwein Hilfe 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 da hinten ist jemand und er oh verschwindet verschwindet sie hat gezündet werden Hilfe äh äh Christian was war das denn? äh 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 ey ist Eddie immer noch hier drin? ja er rennt beide äh Alter sie denken wir sind behindert ja alter natürlich denken sie wir sind behindert äh äh wie schießt nehmann äh wie schießt nehmann äh äh tschüss ich steck nicht Leute geh mal Jesus geh mal geh geh mal geh ey 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 levy kannst du mal zu mir rüberkommen levy kannst du mal zu mir rüberkommen schnell sorry cheng du sitzt grad auf dem streichen kannst du mir das Toilettenpapier rüberreichen juhl das ist direkt neben dir ey man ich steck hier fest vor allem vor allem wie keine verstehen sie kriegt der meinen Namen schreit ey das ist ja juhl der röhnt mir die ganze Zeit hinterher glaub ich hör zu ja ich war zu sehr beschäftigt Julian abzuschleppen komm mal hinter dir dass du Teichhöribachs entsetzte Entschuldigung Ich weiss spaß